Good morning, ladies and gentlemen, herzlich willkommen zu Hamilton von Lin-Manuel Miranda, der nicht nur das Libretto dieses Musicals geschrieben und die Musik komponiert, sondern auch noch mehrere Jahre lang die Titelrolle gesungen und gespielt hat, ein echtes Universalgenie. Seit 2015 läuft Hamilton am Broadway in New York und tourt international einen Riesenerfolg. Mit dabei sind, der Titel hält Alexander Hamilton, einer der sogenannten Gründerväter der USA. Er ist der uneheliche Sohn eines Schotten und einer Sexarbeiterin, geboren 1757 auf der Karibikinsel Nevis, damals eine britische Kolonie. In New York lernt er dann seinen langjährigen Rivalen Aaron Burr kennen, außerdem weitere Mitstreiter im Unabhängigkeitskrieg, später dann einen gewissen General George Washington, von dem sie bestimmt schon mal gehört haben. Als dieser erster US-Präsident wird, macht er Thomas Jefferson hier zum Außenminister und wir zwei haben richtig viel Spaß miteinander. Natürlich hat Alex auch ein Privatleben, das aus den Scheuler-Schwestern besteht, nämlich erst mal Elizabeth, die es später bereut, ihn geheiratet zu haben und dann ihre Schwester Angelica, die es immer bereut, ihn nicht geheiratet zu haben. Eliza und Alexander haben einen Sohn namens Philip, das ist er in Erwachsen. Es gibt noch einige andere Figuren, ich erwähne nur noch einen, nämlich den englischen König George III. Es ist zum Verrücktwerden hier, da könnte er recht haben. Los geht das Musical mit einem Schnelldurchlauf durch Kindheit und Jugend der Hauptfigur. Ja, also Papa haut ab, Mama stirbt, mit 14 arbeite ich in einem Handelsunternehmen, mit 17 komme ich hierher mit einem Stipendium nach New York und studiere am King's College. Ach und übrigens, ich bin Alexander Hamilton und ich habe tausend Sachen noch nicht gemacht, aber wartet's ab. In New York macht er erstmal eins, nämlich Bekanntschaften. Er geht zu Aaron Burr und sagt, Mr. Burser, wie haben Sie das geschafft, in zwei Jahren fertig zu studieren? Joa, weniger reden, mehr lächeln und behalten Sie Ihre Meinung für sich. Ernsthaft? Und da ist auch schon das knacken Trio Lawrence, Lafayette und Mulligan. Auf die Revolution, wer bist du denn eigentlich? Ich bin Alexander Hamilton, ich habe Hunger, ich habe Ehrgeiz und ich bin geladen und ich werde es allen zeigen. Ja, auf die Unabhängigkeit, nicht so laut, die werden euch noch erschießen. Ja, sorry, ich hatte noch nie Freunde. Wir stehen auf, Bruder. Und auf der Straße ist jetzt richtig was los. Unabhängigkeit, aber es gibt natürlich auch Kritiker. Ihr seid Revoluzzer. Und was sagt eigentlich der König selber dazu? Ihr wollt Schluss machen? Aber ihr gehört mir? Und wenn ihr euch nicht zusammenreist, dann schicke ich meine Armee, um euch an meine Liebe zu erinnern. Und da sind sie auch schon, 32.000 englische Soldaten in New York. Und Hamilton so, als Kind habe ich mir immer einen Krieg gewünscht. Das ist meine Chance. Wir stehen auf. Der Krieg beginnt. Und Washington sagt, na toll, wir haben keine Kanonen, wir haben keine Soldaten, wir haben keinen Plan. Rückzug aus New York. Und der Burr sagt, äh, Sir, ich habe Erfahrung, ich könnte helfen, raus hier. Hamilton! Äh, ja? Ich brauche Sie als meinen Adjutanten. Ja, aber ich will kämpfen. Sterben ist leicht, junger Mann. Überleben ist schwer. Grrr, also gut, ich mach's. Und er wird George Washingtons rechte Hand. Mitten im Krieg, 1780, findet ein Ball für die kämpfende Truppe statt. Burr ist natürlich auch da und sagt, boah, diese Scheiler-Schwestern, ja, wenn man eine von denen kriegt, dann hat man ausgesorgt. Das lässt sich Hamilton nicht zweimal sagen und kommt prompt mit Angelica ins Gespräch. Die sagt, ich werde ihr Leben für immer verändern, aber gern. Da kommt Eliza und sie so, äh, das ist meine Schwester und bang, sind die im Gespräch. Und eine Woche später sagt sie, boah, ich bin so in den Hamilton verliebt. Können wir dem vielleicht teilen, aber das hat sie schon nicht mehr gehört. Und die sind sofort verheiratet. Angelica sagt, er wird nie zufrieden sein, ich werde nie zufrieden sein. Der Krieg jedoch geht weiter. Und jeden Tag sagt Hamilton zu Washington, ich will jetzt endlich ein Kommando. Nein, ich befördere Charles Lee. Und er so, was, das ist so eine Schnapsidee. Und bei der Schlacht von Monmouth bewährt sich Lee absolut nicht. Er sagt nämlich, äh, Rückzug, das sind so viele. Was, Angriff? Nein, Rückzug. Boah, der Lafayette übernimmt das Kommando. So, und der so, puh, der Washington weiß auch nicht, was er will, immer hin und her. Und die so, grrr, ihr unternehmt nix. Aber Hamiltons Kumpel Lawrence verwundet Lee in einem Duell. Und er sagt, du gehst sofort nach Hause. Aber zu Hause erwartet ihn eine schwangere Eliza. Und er so, was? Aber warum hast du denn nix gesagt? Du, ich hab dem General geschrieben und ich wusste, dass du vor dem Kriegsende nicht nach Hause kommst. Ja, aber ich bin doch arm und was machen wir denn jetzt? Ich hab ja nix. Wir haben uns und das ist so genial. In der Zwischenzeit sorgt Lafayette, die französische Geheimwaffe der Amerikaner, für Nachschub und einen genialen Plan. Ich brauch nur noch den Hamilton, dann endet alles in Yorktown. Und endlich sagt Washington, okay. Und Hamilton kriegt sein Kommando. Danke, Kumpel. Das ist es. Ich hab mir den Tod schon so oft vorgestellt, dass er wie ein alter Bekannter wirkt. Gewehre entladen, Männer. Wie bitte? Das ist ein Überraschungsangriff. Niemand darf versehentlich zu früh feuern. Sie vertrauen ihm und es funktioniert. Und die Briten so, wir kapitulieren. Yes. Aber Freiheit wird es erst sein, wenn auch die Sklaven frei sind. Und George Washington so, Sklaven? Ja, ja, später. Jetzt kommt Onkel George nochmal dran. Wie bitte? Unabhängigkeit? Das ist doch nix anderes als ein Seitensprung mit Frankreich. Sonst noch was? Regieren ist schwer. Ihr werdet schon zurückgekrochen kommen. Jetzt ist aber erstmal Privatleben. Burr kriegt Nachwuchs. Theodosia, ich hab ne Tochter. Und Hamilton? Philipp, ich hab nen Sohn. Boah. Ich bin jetzt Anwalt in New York. Ja, ich bin auch Anwalt in New York. Und die arbeiten echt so nebeneinander her. Boah, der ist so ein Workaholic. Ich bin in den Verfassungskonvent gewählt worden. Und da kaut er allen ein Ohr ab. Keiner kann ihn leiden. Er verteidigt die Verfassung. Schreibt 51 Essays. Schreibt um sein Leben. Ja, weil du nicht mitmachst. Alexandra heiratet einen Schotten. Und ich lebe dann in England. Kannst mir ja mal schreiben. Tschüss. Aber, naja. Washington macht ihn zum Finanzminister. Was ihn natürlich wahnsinnig freut. Yippie. Genau. Und neuer Außenminister wird er hier. Thomas Jefferson. Hallo. Ich war Botschafter in Frankreich. Habe ich was verpasst? Dieser Hamilton hat ja total crazy Ideen. Wir im Süden zahlen doch nicht eure New Yorker Schulden. Nee, ihr lasst Sklaven arbeiten. Du hast keine Mehrheit für deine Pläne im Senat. Und Washington so, ah, den musst du irgendwie anders überzeugen. Boah, ich bin entgestresst. Leider hört er bei dieser Gelegenheit nicht auf den Rat seiner Frau. Komm, wir fahren mal zusammen in den Urlaub. Nein, fahr alleine. Ich habe keine Zeit. Also ist er Strohwitwer, sitzt zu Hause. Da kommt eine gewisse Maria Reynolds vorbei und sagt, entschuldigen Sie, Sir. Mein Mann ist gewalttätig. Jetzt hat er mich sitzen lassen. Ich habe kein Geld. Können Sie mir helfen? Ja, sicher. Hier sind 30 Dollar als Darlehen. Ich bringe sie nach Hause. Und jetzt müsste ich wahrscheinlich gehen. Oh Gott, hilf mir, Nein zu sagen. Aber ihre Körper sagen Ja zueinander. Nein. Und das hört nicht auf, bis ein Brief eintrudelt, nämlich von Mr. Reynolds. Der sagt, Hamilton, viel Spaß mit meiner Frau. Ich hoffe, Sie können gut zahlen dafür. Und Hamilton so, nein. Aber er zahlt und macht weiter. Ja. Vielleicht entspannt ihn diese Affäre immerhin etwas. Denn politisch passiert jetzt etwas sehr Interessantes. Jefferson, Madison, sein Freund und Hamilton, sein Rivale, gehen zusammen Abendessen. Und wissen Sie, was dabei rauskommt? Ein Kompromiss. Unsere Hauptstadt kommt jetzt nach Virginia. Genau. Und wir kriegen mein Finanzsystem mit gemeinsamen Staatsschulden. Und der Börse so, boah, ich will auch mitspielen. Also tritt er als Senator gegen Hamiltons Schwiegervater an und besiegt den alten Schöler. Sag mal, du hast extra die Partei gewechselt, um gegen meinen Schwiegervater kandidieren zu können. Ich dachte, du wärst mein Freund. Und von mir aus können wir Freunde bleiben. Auch im Kabinett gibt es neuen Ärger. Jefferson so, wir müssen unsere Verbündeten, die Franzosen, gegen die Engländer unterstützen. Was? Nein, auf keinen Fall. Wir haben ja gerade einen Krieg hinter uns. Und Washington stellt sich hinter Hamilton und sagt, genau so machen wir es Ende der Debatte. Jefferson ist jetzt ein bisschen angepisst. Zu seiner Gruppe gehört jetzt auch der Börr. Und er sagt, toll muss das sein, wenn Washington immer auf deiner Seite ist. Wir müssen gucken, ob der Hamilton nicht irgendeine Leiche im Keller hat. Aber erst mal schockiert Papa Washington seinen Ziehsohn selbst. Und er sagt, Jefferson ist zurückgetreten. Was? Damit er als Präsident kandidieren kann. Ha, viel Glück. Der wird sie nie besiegen. Ich trete nicht mehr an. Wie bitte? Und jetzt schreiben wir eine Abschiedsrede. Aber, tja. Und dann tritt Washington zurück und sein Ex-König sagt, wie zurücktreten? Ich wusste gar nicht, dass das geht. Und jetzt wird John Adams Präsident? Ha, das wird lustig. Der schlechteste Präsident aller Zeiten. Es dauert auch nicht lange, bis Adams Hamilton rausschmeißt, der dann zu Hause Besuch von Jefferson und seiner Gang kriegt. Und die sagen, wir haben festgestellt, dass sie fast 1000 Dollar an einen gewissen Reynolds gezahlt haben. Das riecht nach Amtsmissbrauch, nach Korruption. Sie sind fällig Amtsmissbrauch. Ich bin erpresst worden. Hier sind die Briefe, die meine Affäre beweisen. Und die so, äh, ekelhaft. Affäre? Wir gehen. Na toll. Und jetzt kommt das raus und dann bin ich erledigt. Nein. Ich mache selber reinen Tisch. So komme ich vielleicht aus der Affäre irgendwie raus. Das macht er. Und alle so, what? Der gibt es öffentlich zu? Und seine Frau Eliza sagt, du Arsch, ich verbrenne deine Briefe, dann kannst du gar nichts mehr beweisen. Und der Sohn, nein, Eliza. Der kleine Philipp, ihr Sohn, ist jetzt erwachsen und mit dem Studium fertig. Ja. Und ich duelliere mich jetzt mit so einem Typen, der meinen Vater beleidigt hat. Bang. Aua. Nein. Und am toten Bett ihres Sohnes treffen die Eltern wieder zusammen. Dann wird es sehr still um die Hamiltons. Immerhin irgendwann verzeiht ihm Eliza. Jetzt ist es 1800. Präsidentschaftswahlen stehen an. Es ist ein Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen Jefferson und Burr. Und die Leute fragen alle Hamilton, was sie machen sollen. Und er sagt, also, Jefferson ist mein Lieblingsfeind, aber wenigstens hat er eine Haltung. Im Gegensatz zu Burr, ich stimme für Jefferson. Und bang, wird Jefferson Präsident. Yes, danke, Hamilton. Und Burr so, boah. Also ich kann nichts dafür, dass die Leute dir nicht vertrauen. Duell. Bitteschön, bitteschön. Und so begegnen sie sich am 11. Juli 1804 in Allerhergottsfrühe in Weehawken, New Jersey. Acht, neun, zehn. Burr schießt auf Hamilton. Bang. Hamilton schießt in den Himmel. Bang. Aua. Schwer verletzt wird er heimgebracht, wo er stirbt. Schnüff. Und wer erzählt jetzt deine Geschichte? Na, zum Beispiel dieses Musical. Und das, liebe Gemeinde, war Hamilton von Lin-Manuel Miranda. Vielen Dank. Ich bin kein riesiger Musical-Fan und mit Hip-Hop habe ich schon gar nichts am Hut. Aber als ich auf einem Streaming-Dienst zufällig über eine sehr hübsche Aufzeichnung dieses Broadway-Musicals gestolpert bin, bin ich wie eine Fliege am Fliegenpapier kleben geblieben. Das ist ganz großes Kino. Zunächst mal war ich erstaunt, dass Hamilton an einem Stück durchkomponiert ist. Das heißt, es gibt überhaupt keine Sprechpassagen. Alles ist gesungen bzw. gerappt. Das gibt im Ganzen einen großen Drive. Und beim Schreiben des Skripts ist mir aufgefallen, wie extrem handlungsreich dieses Musical ist. Oft passiert im Musiktheater eher wenig. Die Figuren verkünden recht lange, wie es ihnen gerade geht. Aber hier wird ein historisches Ereignis nach dem anderen erzählt. Hamilton ist eine sehr spannende Figur. Stammt aus ärmlichen Verhältnissen, bekommt eine Chance, arbeitet sich mit extremem Ehrgeiz hoch, ist hungrig, will etwas erreichen, etwas verändern und bleibt dabei doch trotz all seiner Fehler sehr sympathisch. Das erreicht Librettist und Komponist Lin-Manuel Miranda vor allem durch die Parallelfigur bzw. den Gegenspieler Aaron Burr, der in vielerlei Hinsicht Hamilton ähnelt, aber in ein paar entscheidenden Dingen nicht. Vor allem Hamiltons Mut und seine Risikobereitschaft tragen zu seinem Erfolg und auch zu seinem Fall bei und sie machen ihn zu einem tragischen Helden, während der Zögerer Burr immer in der dritten Reihe steht. Es ist nicht nur die Musik, die heutige Sprache, Hip-Hop, ja, die Tatsache, dass die Obamas zu den Fans von Hamilton gehören, die das Musical so cool machen. In Amerika muss niemandem erzählt werden, dass der Revolutionary War sehr viel mit der Identität der USA zu tun haben. In Europa ist das eine Lektion, die man gar nicht oft genug wiederholen kann. Die Revolutionen der USA, Frankreichs und auch die demokratischen Revolutionen von 1848 in Deutschland sind die Mütter unserer heutigen Demokratien, und zwar, weil sich Menschen aufgrund von Aufklärung und Vernunft gegen Unterdrückung, Hass und Irrationalität entschieden haben. Hamilton ist in dieser Hinsicht auch für uns ein Vorbild, nämlich ein mutiger, demokratischer Held. Soweit mein Senf zum ersten richtigen Musical in diesem Kanal. Wenn es euch gefallen hat, dann liked es, teilt es, abonniert mich. Wenn ihr meine Arbeit unterstützen wollt, dann werdet Teil der Weltliteratur-Community auf Steady und seid mittendrin statt nur dabei. Bis zum nächsten Mal, lasst es euch gut gehen und lest was Schönes. Tschüss!